Mein Name ist Yvonne, ich bin Mutter von zwei Kindern, mein Sohn ist zweieinhalb Jahre alt und meine Tochter ist jetzt ein halbes Jahr alt, also ich bin seit Anfang 2017 in Karenz. Mein Name ist Dagmar, ich bin seit vielen Jahren in Pension, genau gesagt bin ich seit 2002 in Pension, aber ich glaube eine Pensionistin, die eher untypisch ist. Mein Name ist Elke Riemenschneider, ich bin seit 2011 Geschäftsführerin unseres Feinkost-Familien- Traditionsunternehmens und es ist einfach schön diese Tradition fortsetzen zu können. Mein Name ist Paula, ich bin seit zwei Jahren selbstständig tätig im Kommunikationsbereich, ich habe eine Agentur für Public Affairs und Public Relations, denn Kommunikation ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung. Kinder zu bekommen verändert definitiv das ganze Leben, also da bleibt kein Stein auf dem anderen, so ein kleines Baby bringt so viel Liebe und Freude in eine Familie, aber auch sehr viel Verantwortung und ganz neue Sorgen. Gerade bei meinem Lebenswandel, glaube ich, der sehr unterschiedlich ist, eben auch mit einem Riffa, einem Eigenschlägel, einer Melinz, da lege ich also schon Wert darauf, dass auch die Bank mir gegenüber flexibel entgegenkommt. Eigenständigkeit ist für mich besonders wichtig, ich glaube das ist auch irgendwo so der Wesenszug, wenn man selbstständig sein will, einfach auch seine eigenen Entscheidungen treffen zu können und sich auch zu verwirklichen. Mein Tag ist voll, beginnt um 6 Uhr früh mit meinen Kindern, die mich wecken und geht über mit Arbeit, dann wieder Kinder und dann wieder Arbeit, bis ich dann schlafen gehe. Mein Alltag als Mutter hält jede Menge Überraschungen und unterschiedliche Herausforderungen jeden Tag für mich bereit. Da muss ich flexibel reagieren können, auch mal anders denken, umdenken und genau diese Flexibilität bekomme ich von meiner Bank. Also Qualität und Kompetenz, aber auch die Freundlichkeit der Mitarbeiter ist für mich wichtig und genau das finde ich eigentlich bei meiner Bank. Ja, als Unternehmerin treffe ich gerne meine eigenen Entscheidungen und das ist auch notwendig, sie ist jeden Tag eine neue Herausforderung und da muss es manchmal schneller und anders gehen und dabei unterstütze ich meine Bank. Als Selbstständiger muss ich auch finanziell unabhängig sein und ich brauche ein rundum-sorglos-Paket und das kann mir meine Bank einfach bieten. Banking geht auch anders. Anders ist gut. VKB Bank